Hi Leute, ich bin's Musti und heute ist ein großartiger Tag, wir drehen das Video zu meiner neuen Single, zu unserer neuen Single, das ist unserer, stell dir gleich noch mal vor, All Night Long Disco. Ihr seht, Emsigkeit, wir sind hier richtig dabei gerade und Gott sei Dank mache ich das nicht alleine, das Video sind ganz, ganz viele Leute mit dabei. Die wunderbare Suzy Furlonga, großartige Sängerin, wir haben uns schon mehrmals getroffen bei diversen Live-Konzerten, sie hat ihre Band gehabt, ich damals meine Band, so haben wir uns kennengelernt und das Internet hat tatsächlich letztes Jahr zusammengeführt, jetzt machen wir eine Platte zusammen als Band, Musti und Suzy, erstes Single, wie gesagt, All Night Long. Der Style für unsere neue Platte und fürs neue Video befinde ich sich so ein bisschen zwischen Neo-Barock und Future, wenn man das so sagen kann, also schon eine Melange so zwischen wirklich ganz, ganz Vergangenheit und ganz, ganz Zukunft, was ich auch so ein bisschen versuche mit meiner Musik zu machen, also immer in einen Topf rein und rumrühren und das, was man so ein bisschen erahnen kann hier, ihr seht, wunderbare Locations, schon so ein bisschen schwer barockisch, gemischt mit ganz, ganz vielen Zukunftsaccessoires, das macht es glaube ich aus. Ich möchte mich zu den Zuschauern, ich möchte zu den Zuschauern, D-O-S-T-O-V-A-N.